Red Bull-Gründer Dietrich Matteschitz ist tot. Der österreichische Milliardär erlag im Alter von 78 Jahren einer Krebserkrankung. Sein steiler Aufstieg zum reichsten Mann Österreichs begann 1984, als er zusammen mit einem Thailänder das Unternehmen Red Bull gründete. Matteschitz hat rund um die weltberühmte Marke ein Sport- und Medienimperium aufgebaut. Der gleichnamige Energy-Drink legte einen weltweiten Siegeszug hin. Heute ist Red Bull als Sponsor zahlreicher Athleten und Disziplinen nicht mehr aus dem Spitzensport wegzudenken. Unter anderem investierte Matteschitz in die Formel 1 sowie die Fußballvereine Red Bull Salzburg und RB Leipzig. Auch zahlreiche Extremsportler stehen bei Red Bull unter Vertrag. Ein Teil von Matteschitz Medienimperium Media House geriet aber auch wegen zunehmend rechter Tendenzen in die Kritik. Der Sender ServusTV bot unter anderem rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern eine Plattform, etwa in der Corona-Pandemie. In einem seiner seltenen Interviews fiel Matteschitz 2017 mit umstrittenen Äußerungen über die Migrationspolitik auf.